Endlich ist es soweit. Ein neues CSGO-Update. Was haben sie wohl verbessert? Ein überarbeitetes Anti-Cheat-System? Neuer Content? Eine neue Operation? Neue Maps? Wahnsinn. Damit auch die komplett Unbegabten da hochkommen. Sehr schön. Sehr schön. Ich muss schon sagen, es war natürlich davor sehr schwer, da hochsüpfen. Das war ja praktisch ein Unding. Ach, und die Leiter ist auch weg. Da gab es dann zu viele Tote wahrscheinlich, ne, an der Stelle. Das hier haben sie auch weggemacht. So, so. Das sah doch auch mal anders aus, oder? Man, Kanals haben sie auch geendet. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass eine neue Operation, ein neuer Content einfach was Geiles wäre. Mal wieder so für zwischendurch. Natürlich sind solche Updates wie hier schön und gut, vielleicht nützlich oder eben auch nicht. Klar, man möchte an dem vorhandenen rumschrauben. Also, als Entwickler es noch besser machen oder es versuchen, noch besser zu machen. Aber es gibt Dinge, die natürlich nicht unbeachtet sein sollten. Und das ist ganz klar der Wunsch der Community nach neuem Content. Natürlich ist der Wunsch auch nach anderen Dingen da. Also, Anti-Cheat, weiter verbessern und so weiter und so fort. Pipapo, da sind sie ja eigentlich dran. Content ist, glaube ich, direkt nach dem Anti-Cheat, wenn nicht sogar davor, der größere Schrei. Oder der zweitgrößte Schrei dann eben zumindest. Man muss natürlich sagen, dass die CSGO-Community eine ziemlich krebshafte Community ist. Das heißt, egal was rausgebracht wird, ein Großteil wird sich darüber aufregen, dass es gekommen ist. Also, egal was es ist. Die schreien nach neuem Content, es kommt neuer Content, sie regen sich auf, dass neuer Content kam. Es wird nach einem besseren Anti-Cheat-System verlangt. Es kommt Trust, das wirklich ein richtig gutes System ist. Wenn man es denn versteht und weiß, wie man seinen Trust-Faktor anheben kann, zack, und es wird rumgemeckert. Es wird dann Wack weitergearbeitet und es heißt, ja gut, aber warum denn nicht früher? So ein bisschen typisch deutsch auch, einfach nie zufriedenzustellen. Egal was man macht, das ist immer scheiße. Nichtsdestotrotz sollte es natürlich die Entwickler nicht davon abhalten, uns neuen Content zu liefern. Das wäre ne nette Sache, die, denke ich, auch viele einfach besänftigt und vor allem auch wieder Spielspaß in die ganze Schose bringt. Jeder weiß, dass dieses Matchmaking-Gedödel in CSGO selbst am Ende ist. Also, es wird viel lieber in Ligen gespielt, weil es da einfach serious dazu geht, weil sie dort eigene Anti-Cheat-Programme haben und so weiter und so fort. Auf die Ränge in CSGO wird einfach nicht mehr richtig geschwitzt, so wie es früher der Fall war. Sie sind nicht mehr so viel wert, wie es früher der Fall war. Heutzutage sagt man, der Scheiß hat der Hund drauf, was du da für einen Rank hast. Guck mal hier in, pff, schlag mich tot, face it oder was weiß ich. Da, da zählt's. Da das einer der wenigen Inhalte war von CSGO, ist es natürlich sehr schlecht, dass dieser Inhalt wegfällt. Es ist nicht mehr wirklich wichtig, da irgendwie rumzuhasseln. Ich kenne kaum noch jemanden, der auf irgendwas schwitzt. Das heißt, immer nur, da sind Cheater, da kann ich nicht spielen, ich kann nicht mit denen, oder gegen die Smurfer spielen. Ich kann nicht mit den Teams spielen, die mir random zugeschossen werden. Dies und das und pipapo. 64 Tick, wow, und hin und her. Und da wird dann lieber auf andere Dinge zugegriffen. Und das ist natürlich schon sehr schlecht für CSGO. Und um das Ganze aufzumischen, würde natürlich endlich mal wieder neuer Content ganz gut tun. Natürlich wäre ein perfekt funktionierendes Anti-Cheat-System auch nice, wobei es sowas ja nicht gibt. Ich meine, es gibt ja immer irgendwelche Leute, die sich da durchwurschteln. Aber es gibt auf jeden Fall, und ich denke, da sind wir uns auch alle einig, bessere Anti-Cheat-Systeme, wie es Wack zumindest jetzt die letzten paar Jahre war. Aber da würde ich sogar gar nicht so sehr draufsetzen. Die Leute sind trotzdem bescheuert im Kopf. Also es werden Cheater gecallt, auch wenn kein Cheater mehr da ist. Ich hab's ja schon mal erwähnt. Wenn jetzt von heute auf morgen kein Cheater mehr im Spiel wäre, gäbe es immer noch genauso viele Reports wie mit Cheatern. Weil die Leute einfach durchgepeitscht sind. Die Community ist, was das angeht, extrem verweichlicht. Aber das lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Da kann man, wie gesagt, gar nicht viel dran rumschrauben. Neuer Content, also zum Beispiel neue Herausforderungen, wie es eben bei den letzten paar Operations der Fall war. Neue Maps und so weiter. Das wäre wirklich eine geile Sache. Um mal wieder auf irgendwas richtig draufzuschwitzen. Einfach wieder Level durchprügeln gegen Wellen von Bots mit Only Knife und so weiter. Das waren schon echt coole Teile. Es kam jetzt halt auch sehr lange keine mehr, was wirklich schade ist. Aber ich denke, das kann ja nur besser werden jetzt mit der Zeit. Wir laufen auf jeden Fall auf eine neue Operation zu. Und ich hoffe, dass es dort dann gewisse Dinge gibt, wie auch letztes Mal mit diesen War Games oder wie sie hießen. Wo dann Scout Knives wieder dabei war, beziehungsweise, also Only Scout mit Low Gravity und so weiter und so fort. Solche neuen Spielmodi wären wirklich eine extrem nette Abwechslung für den sonstigen Trott, den man im Matchmaking halt hat. Andere Titel wie 1.6 und Source haben sich mitunter so lange gehalten oder halten sich immer noch hartnäckig, weil es so unglaublich viel Abwechslung gab, weil es eben viele tausende verschiedene Server gab, auf denen man RPG spielen konnte und dies und das und hast du nicht gesehen und Breakfloor und Pipapo. Es gab so geilen Scheiß. Das gibt es zwar bei Go auch, also es gibt ja auch die private Serverliste mit Zombie-Servern und so weiter und so fort. Aber es ist einfach zu fernab vom Fokus. Bei Source gab es dann nur diese Möglichkeit, in die Serversuche zu gehen und dann hat man halt einfach diese Server gefunden. Bei Go ist es gerade eben für diesen Casual-Spieler schwierig, tolle, nette Abwechslung zu haben. Man wird eingeführt und hat diese Wargames, die ja immer noch drin sind, also eben diese paar, die mit dem letzten Update reinkamen und dann eben Matchmaking. Und Matchmaking ist ja dieser große Punkt. Für die Casuals ist es gerade nicht wirklich was Geiles und man sollte mit einer neuen Operation wieder einige Leute anlocken können oder zurücklocken können zum Spiel, um eben wieder den Spaß zu garantieren, da ordentlich reinzuhasseln. Wallen und ich haben zum Beispiel sehr gerne diese Mission gespielt, wo du gegen die Bots spielen musst, wo du so und so viele Bots mit irgendeiner Waffe killen musst, beziehungsweise irgendein Level erreichen musst oder sonst was. Wenn sowas regulär kommen würde, wäre ich wirklich komplett zufrieden mit der ganzen Schose. Wie gesagt, das Trust-System, also jetzt um nochmal ganz kurz auf das Anti-Cheat-System zu kommen, klappt für mich perfekt. Also ich habe nie Cheater im Gegnerteam, auch nicht bei mir im Team, wenn ich Solo-Cue, wohlgemerkt. Wenn man mit anderen queet, kriegt man ja seit neuestem angezeigt, wer eben einen schlechten Trust-Faktor hat und wie viel schlechter der ist, so ungefähr mit einer roten oder gelben Nachricht. Da muss man dann einfach gucken und sich tatsächlich die Freunde, mit denen man spielt, so ein bisschen wählen. Das ist ein sehr großer Nachteil an dem Trust-System, aber auch gleichzeitig seine Stärke, weil es eben viel, viel schwieriger ist, so ein System zu durchbrechen, weil es halt extrem viel Geld kostet, sich einen hochgetrusteten Steam-Account zu kaufen, als sich durch ein Anti-Cheat-System durchzufuchsen. Weil wenn da das Loch gefunden wurde in einem Anti-Cheat-System, dann ist der Cheat auch erstmal drin. Wenn du aber als Cheater weißt, ich brauche einen extrem hochgewerteten Steam-Account, um mit anderen Leuten diese hochgewerteten Steam-Accounts zu cheaten oder zu spielen, dann ist das eine ganz andere Sache, dann brauchst du genau das. Dann musst du dir sowas kaufen und solche Accounts sind wirklich nicht günstig. Sowas kostet dann mitunter mehrere hundert Euro. Und da kommt es schon zu einem Punkt, wo dann Cheater sagen, ja gut, ich bleibe lieber unten und cheate da unten vor mich hin, anstatt jetzt 800 Euro auszugeben, dass ich zum Beispiel gegen den Dumba-Blatt cheaten kann. Und das ist der Schutz, das ist ein richtig geiler Schutz, weil mich mein eigener Fortschritt in meinem Steam-Account schützt. Und das kann man nicht so leicht einfach ercheaten oder erhöhen. Man kann sehr viel machen, vor allem auch kostenlos, um seinen Trust-Faktor zu erhöhen. Aber erstens mal ist es nach wie vor bei vielen scheinbar nicht drin, was man alles machen kann. Und zweitens ist es den meisten Cheatern einfach zu aufwendig. Ich meine, warum sollten sie es auch machen? Warum sollten sie unbedingt ein High-Trust-Ding haben wollen, für den sie halt dann meinetwegen, was weiß ich, ich nenne jetzt irgendeine Zahl, 200 Stunden ihres Lebens verbrauchen, um ihn da hochzuheben. Also so ungefähr in diese Richtung. Aber noch lange nicht zum Beispiel so hoch sind wie jetzt mein Steam-Account. Und dann legen sie noch 300 Euro drauf, um dann auch nochmal noch dicker weiter oben zu sein. Und dann cheaten sie einen Tag und dann ist der Account weg. Also ich denke, jeder Cheater, der einfach so reinhaselt und Leute abfacken will, also Untermenschen eben, die sind auf jeden Fall daran interessiert, dass sie nicht allzu viel Geld ausgeben müssen. Gerade die Leute, die vielleicht sogar kostenlose Cheats benutzen, die holen sich halt einen 3-Euro-Steam-Plus-Counter-Strike-Account, wenn es mal wieder irgendwo im Sale ist, auf dem russischen Markt oder so, cheaten dann kurz rein, das war's. Aber solche Leute werden nur mit den allerniedrigsten Trust-Faktoren zusammengecued. Das heißt, alle anderen, die einen mittelmäßigen Trust-Faktor haben, sind komplett befreit. Eigentlich wollte ich auf die Sache jetzt gar nicht mehr so tief eingehen, weil es ja an sich um Updates geht, die man sich so wünscht. Aber da das Anti-Cheat-System auch sehr weit oben steht, zumindest in der Community, was die Wishlist angeht, was eben verbessert werden soll, darum habe ich es jetzt doch mal angesprochen. Dass dieses Trust-Faktor-Matchmaking wirklich eine extrem geile Sache ist, wenn man sie halt versteht, nachvollziehen kann, was wichtig ist und was nicht. Und ich kann es dann immer wieder sagen, guckt auf euren Steam-Account und nicht auf eure Counter-Strike-Zahlen. Weil der am schwersten hoch zu grinden ist. Da muss man einfach Geld und Zeit reinstecken, damit er eben groß und gut wird. Counter-Strike-Spielstunden kann man sich easy ercheaten. Man kann sich auch in Rank einfach ercheaten bzw. erkaufen. Das geht alles und ist auch sehr, sehr günstig. Aber einen richtig fetten, meinetwegen Level-100-Steam-Account mit 8000 Spielen, 40 Millionen Spielstunden, 13 Milliarden Freunden, 5 Gigabyte an Gruppen, Artworks, Screenshots, Tutorials und so weiter und so fort, Streams, Videos und hast du nicht gesehen. Sowas kann man nicht einfach kaufen. Und falls doch, falls es wirklich jemanden gibt, der halt sich dann einfach mal einen Ruck gibt und 800 Euro für so einen Account ausgibt, um dann auf dem Account drei Tage zu cheaten, dann ist es eher eine einmalige Sache, ja. Weil es einfach ein Geldfaktor ist. Soweit zu meinem Update-Podcast. Natürlich würde es mich sehr interessieren, was ihr darüber denkt. Was fändet ihr wichtig an neuen Updates? Was hättet ihr gerne? Wollt ihr auch Content? Wollt ihr Anti-Cheat? Ihr könnt auch gerne nochmal an der Stelle sagen, was ihr von dem Trust-Faktor haltet, wie ihr damit zur Rande kommt und so weiter und so fort. Falls ihr wissen wollt, wie ihr den Trust-Faktor erhöht, ich werde euch das Video auch nochmal hier unten in die Videobeschreibung reinposten. Aber ihr könnt auch einfach hier auf YouTube Folgendes eingeben, CSGO Trust-Faktor verbessern und dann müsste direkt ganz oben mein Video dazu kommen. Und da habe ich das vor einem Jahr oder sowas, oder wann es eben rauskam, recht genau erklärt und durchgesprochen, was alles nötig ist und möglich ist, um eben den Trust-Faktor anzuheben. Am einfachsten ist es aber, wenn ihr einfach euren Steam-Account auf einer Seite eures Desktops aufmacht und meinen Steam-Account auf der anderen Seite und dann vergleicht ihr die einfach mal. Vergleicht die Zahlen und guckt euch die ganze Schose an. Ihr dürft natürlich gerne wieder ein Däumchen geben, wenn es euch gefallen hat. Wenn euch etwas nicht gefallen hat, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare, was ich eurer Meinung nach oder deiner Meinung nach besser machen soll. Und natürlich würde ich auch gerne wissen, wie euch dieses kleine Intro in Anführungsstrichchen gefallen hat. Ich dachte mir, komm, ich mach mal was Lustiges. Ich bin ja sonst immer so ernst. Und ja, viel Spaß damit. Die Playlist mit allen Podcasts ist hier verlinkt. Haut an dich ein. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.